Der Taxierende Blick des Alten ermüderte, irrte ab, wurde fahrig. Die kleinen Flaschen hatte er kurz in die Hand genommen, sie dann zur Seite geschoben. Und sehr gesprächig sind sie nicht heute, meinte er. Und Fröhling ließ auch diese Rüge passieren. Aber sie werden ihre Gründe haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017